Freunde, wir sind jetzt gerade angekommen, ich glaube, hier links gleich müsste es sein, also wir haben die Adresse geschickt bekommen. Jiga, da ist doch Tana! Tana! Ey, die kennen wir! Also ich bin echt gespannt, wie die WG aussieht. Ich glaube, das ist da. Ja. Henry! Hey Leute, seid ihr los? Ich habe einen Schlüssel. Hey! Hä? Aber hier steht was, wartet mal. Was ist das? Oh, 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 oh! Willkommen in der Lidl Live WG. Sind wir bereits für eure ersten Challenge? Ja! Ja, ja, wuhu! Ich such euch dafür erstmal einen Raum aus. Emil, bist du ready? Unser Zimmer. Ach, wir haben jetzt die Sonne, alle. Oh, ja, okay, aber das ist schön. Also meine Seite ist auch sehr wichtig schon aufgeräumt. Junge. Woops. Was sagst du, was sagst du, Emil? Er gefällt mir sehr, sehr gut hier. Und jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Ihr dürft nicht lachen, weil zuerst lachen muss über eine Woche lang den Müll dienen. Ich nehme den. Lega. Okay. Ich wollte sagen, die Challenge beginnt genau jetzt. Also ich habe hier gerade neben mir eine freshe Hose gefunden. Soll ich die anziehen? Also wir dürfen nicht lachen jetzt. Bin ich jetzt schon raus? Ja, ihr müsst raus. Ich habe jetzt dafür eine Hose an, habe ich auch so gesehen gedacht. Also Leute, ich bin raus. Ich habe dann wohl den Mülldienst. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Ein Lusche. Wir haben gewonnen. Also ich finde, wenn du Lidl Eier hast, ich habe gesehen, hier hängen überall so coole Lidl Schals rum. Die sind auch noch alle super ordentlich. Und heute sind es 28 Grad, es ist wieder Sommer. Und deswegen würde ich sagen, du trägst einfach, Digga, das sieht so gut aus an dir. Du trägst einfach den ganzen Tag diesen Schal, damit du nicht krank wirst. Aber es ist ein bisschen frisch aus. Ja, sieht gut aus. Gut. Ich würde jetzt sagen, ich esse was, dann gehe ich schlafen und dann sehen wir uns morgen, glaube ich. Wir sind gerade aufgestanden und heute ist der voll der schöne Tag. Hey, auf dem Kicker liegt ein Zettel. Direkt der Nächste. Uh, rufen wir die anderen. Tjana! Tjana! Komm mal hoch! Morgen, liebe Lidl Live-IG, woran denkt man, wenn es Sommer ist? Gris. Hä? Chaget. Boah, süß Kartoffeln. Oh, eh mehr hast du eine Idee? Oh, eine Kartoffel noch die 1. Krill Käse. Da würde ich sagen, bereiten wir es vor. Gemüse. Gemüsespieße. Wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Wir haben hier zum Beispiel vegetarisches Fleisch oder Aprikosen-Spieße. Und hier auch noch die Pfirsiche, die wir dann auf den Grill legen und dann einfach noch hier in den Salat reinpacken. Also wirklich Premium-Essen. Wir machen nur noch kurz den Zip ready. Ihr könnt ja schon mal die Sachen hochbringen, oben ein bisschen dekorieren und dann würde ich sagen, geht's los. Boah, das ist ja übelst krass. Boah, die Aussicht. Henrich, ich würde sagen, wir sind die Grillmeister heute. Ja, was machen wir an jetzt? Du kannst beides machen, wie das alles hat. Boah, jetzt gerade machen wir als erstes die Pfirsiche für den Pfirsichsalat. Danach machen wir die veganen Steaks und die Würstchen. Und am Ende, und das können eigentlich schon Shana und Joanna vorbereiten, streicht mal die Süßkartoffeln mit dem Gewürz hier an, und dann kommt das am Ende drauf. Shana! Schaut mal, Freundin. Partner-Look. Der lustigste Moment bei einer Grillparty war als du? Äh, den Grill, gut. Ne, 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 ich weiß nicht. Die Grillparty war gestern sehr, sehr cool. Das Essen hat sehr gut geschmeckt. Checkt unsere anderen Social Media Kanäle ab für mehr Content. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi!